Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder hier gescheitert habt zu einem neuen, da sagen wir mal, Info-Video. Ab, nicht, heute, ab Donnerstag kommt 7 Days to Die im Singleplayer. Ich hab's Escape genannt, ist ja auch irgendwie ein Common, ein Common überleben. Oh, sprechen's heute wieder schwer. So, da die erste Folge ein bisschen länger ist, ein bisschen ist gut, mit der Haussuche und mit der Orientierung am Anfang, wird die erst am Donnerstag kommen, weil ich brauch echt, der braucht echt sehr, sehr lange, um die zu rendern. Und das Hochladen klappt bei YouTube ja im Moment auch nicht so gut. Also, hab ich gedacht, mach ich euch jetzt erstmal ein kurzes Info-Video. Und das reguläre Let's Play startet am Donnerstag, damit ihr euch nicht wundert, wenn heute keine große Folge kommt. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir können ja auch nochmal darüber reden, wie lange wir die Folgen machen. Die erste, wie gesagt, ist jetzt in Überlänge. Danach werden die halt kürzer. Die Einstellungen, auf was ich spiele, erzähle ich euch alles am Donnerstag im Video. Und ich hoffe, wir haben eine Menge Spaß zusammen. Nehmt ihr alles ernst? Ich auch nicht. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns nachher noch im Stream. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.